Ready, Aim, Fire! 10 Ritten, kann ich was geben? Oh, Alter, ich kann ja richtig viel geben. Agilität, Geschwindigkeit und Bogen schießen. Okay, aber erstmal auf jeden Fall zwei Stärke und Verteidigung 2, eine Mache auf die beiden, eins, das ist, denke ich mal, ganz gut. schmiede ist da wohl was was ich noch nicht hatte ist das einer meiner guten items da ansprechen ist da rein ja okay was aber hier warum habe ich jetzt ein vogel könnte ich ihn auch nehmen ok keine ahnung was ich hier bringen aber vielleicht greifen wir im kopf mit an oder so ich weiß es nicht auf jeden fall das so leine ich nehme euch beide mal mit hier damit ihr ach scheiße drauf ja ich würde sagen mit denen hier mit der sieht sympathisch aus oder schaut ihr euch doch mal okay kann ich deinen rein kann ich so das x was nix was zu schlagen ist ich kann einfach so das kann ich nicht nehmen ich das nehmen was macht das plus null schaden ist zwei schaden und bogen geschwind also normale geschwindigkeit und geschwindigkeit ok oh mein gott oh mein gott ok oh mein gott das sieht so episch aus und hat einfach nichts ist ja traurig lalala jetzt geht es hier noch ewig weiter hin ich werde das ist nichts und ich hatte recht da ist einfach nichts ok laufen wir den ganzen weg zurück da 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 was ich wollte den ich nehme den hammer das habe ich jetzt gemacht einmalig ist ja traurig na egal ich kann mich glaube ich daran erinnern dass mir einfach so an den rand laufen muss dann hier raus kommt wieder ja bin ich nicht gut ja natürlich bin ich das genau letzte folge habe ich ja den kacke boss nicht geschafft und das werde ich diese folge die sie locker packen das sage ich euch jetzt schon der wird richtig easy einfach nur weil ich boss ab bin das müsst ihr einfach wissen ich bin einfach der boss persönlich haha ne joke chipper mhm level up level 5 gibt es eigentlich ein maximum an level würde mich auch mal interessieren so vielleicht level was weiß ich 30 oder so keine ahnung ok wow und mir hat irgendwie ist ne mir warte wie sagt man das ist zu ohren kommen dass man anscheinend hier auch sachen ausgraben kann also im spiel dafür haben wir auch schaut warum links hier hast sie auch die schaufel und anscheinend soll man da irgendwas cooles mit ausgraben können und geld essen keine ahnung was das bringt doch mal anscheinend könnte ich probiere das einfach mal aus aber da ist nichts ich habe irgendwie glaube ich dass es da so bestimmte stellen gibt wo dann extra so ein schaufelzeichen drüber ist oder so aber ich bin keine ahnung die typen sind so hässlich ist das schon mal aufgefallen wie hässlich ja mal als ob die das ist genauso wie diese eine family gay folge wo peter rowdy spielt und dann der so im auto mit chris sein pulli zusammen zieht und einen schokoladenriegel ausspuckt das so aussehen auf diesen scheißhaufen genau so sehen die aus nicht so geil okay das ist einfach pures button smashing dieses spiel ich sag der an dem wer warum schluss damit das gehört sich nicht warum hat der acht der mir auch die verschiedensten waffen ich denke jetzt mal dass ich schätze jetzt mal dass sie noch mehrere waffen freischalten werde und dann auch ich glaube von denen hier hinzu kommen ja fände ich natürlich cool hat er belebte irgendwie helfen mein mein gott er hat einfach mal eine flagge und mehr kann er nicht haben lässt er einfach fallen und sie geht kaputt zusammen diese schöne flagge es geht eigentlich ihm im hintergrund ab alter geht ja und mein viech jetzt kommt ja einfach nur und glaubt man wahrscheinlich sind noch am besten das essen oder so hallo hallo ich bin fertig muss ich muss was essen ach stimmt ach da war ich ja schon längst das muss ich ganz kacki wiederholen das überspringe ich mal durch ja 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 da ist der boss ja ok ja läuft für mich automatisch reines luxus achten im hintergrund schaut da oben sind die ganzen fudens und die eine ohne gesicht das ist so vertrieben warum muss da das so fett sein mann das ist ja boh ich 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 boos beim nicht wieder mal boom oh mein gott oh mein gott ach ich muss nach hinten ich muss ich glaube nach hinten um den einfach so ganz locker easy out zu ich gebe dir komm her komm her der rennt vor mir weg seht ihr das seht ihr das ach da kommen jetzt noch welche von den zuschauern ja 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 naja pussy kann nichts erleiden und dann haut er sie auch noch ah lol die werden weggetragen ok mein wegen ehrlich gesagt so fressieren wir die nicht aber nein ich muss wieder retten oh denn sein leben geht ja richtig im boh mein gott warum pump jetzt läuft der noch irgendwas oh mein gott lol oh horizontal ja mach mich aus dur sociales die ө was also wieder fleisch klöpfe fliegen also wieder oh mein gott oh mein gott ja nee ich befreie dich jetzt ich habe wieder besseres zu tun wo die droppen alter mein geld mein geld mein geld mein geld ja ich habe keine schere da da die stürmisch dafür dass er wieder in dieser runde anscheinend plötzlich kommen denke ich jetzt mal 400 xp 51 tötete gegner so wie es aussieht plus vier dann machen wir noch mal stärke 1 aber über 11 weil ach da unten links zwar auch diese muschel die wir beim schmied bekommen haben okay vielleicht bekommt es gibt irgendwas beschläge ist wenn man davon alles hat ich habe keine ahnung scheiß auf stamm einfach mal nächste mission ja hier ich brauche die reliquien bevor wir siegel setzen können okay ja die habe ich leider nicht tut mir leid jetzt habe ich schon okay finde ich gut finde ich gut das ist alles okay man schreckt mich auf man durch ich nicht und goldsatz sack direkt was ist das ich glaube dass dem einfach alter das ist zu und das macht wenigstens was im gegensatz hierzu nein hier gefährten der jahr meiner schulter immer bei ist immer stöhnen alter jetzt muss ich anscheinend die eine da befreien ich ja hau mich einfach runter jetzt gebe ich dir die post stelle der jahr ja wirklich nicht weg man hallo das ist nicht so nett wie du denkst vielleicht nimmt er das hier als begrüßung aber ich bin das eigentlich nicht so prolle ich kann einfach durchschlösen mit dem glied das ist ja mega op darunter natürlich haben joshi das ist der neue joshi und wie viel leben hat der die bei uns hat er mehr als der post von gerade eben und der trocken und billig traurig hallo ich will da wieder drauf warum kann ich ja nicht drauf man ist ja echt nicht drauf ach so okay sie recht sich um mein leben geht aus getränke habe ich noch nicht ja es weiß es gibt ja doch es gibt echt wo spamer ja ja dann noch vier stück das ist auch alles man es ist ungefähr wie jan alter sogar ja dann immer auch ja noch immer aus dem hessen nachung hat es geht richtig so richtig wenn wir da so vor meck ist stehen wieder da da freut er sich schon richtig auf seine ganzen big taste die bacons dir dann verdrücken wird sind ja immer mehrere ist ja klar ne sonst gehen wir da nicht rein ja nicht mehrere bürger bekommt funktioniert das ganze system ja nicht mehr ich will da wieder drauf das habe ich gerade recht gebacken aber jetzt nicht mehr nach dann bleibt dann auch stehen okay irgendwie richtig habe ich mal wieder meine skills bewiesen denn das musik ich sehe ich mach jetzt einfach so komo komo und jetzt geht er wieder auf das wie ich kann ich ihn so einfach und das beim easy einfach so runter geschuft ich kann ja auch rüber rennen jetzt war das dass wir jetzt zu weh kommen schon ich lass es jetzt stehen gemacht darf nicht ausgehen ja jetzt vögel er bringt mir essen okay gut ich hab jetzt keine ahnung ich hab zwar immer noch keine ahnung was essen bringt aber bringt mir essen meine schegen gesehen hat david oder wieso mal käfer unter so ein ding weg kriechen willst oh mein gott hat mir mein vogel geklaut das ist gerade eingesammelt ich habe irgendwas eingesammelt okay so habe ich das vogel geswitcht aber der hat wenigstens dann macht wenigstens nichts wie der andere der sammelt wenigstens ein bisschen essen den wollte ich eigentlich auch zuerst nehmen dann hat er mich irgendwie ungestimmt andere weil er so sympathisch auch war ja okay weiter geht's oh mein gott auf jahnen schwingen die sich und schwingen die schwingen die hand hier bei beim mich ist glaube es bleibt einfach liegen und erst mal hier oh mein gott erst mal hier die köpfe und sind die viel zu viele fekalien zu sehen es geht doch ein kind noch ganz einfach und okay was habe ich eigentlich das spiel ist einfach zu krank für mich es denn kommt wo gebringe man essen warum ist das eigentlich mein alter ist wie ich das hatte ich ja gerade noch dabei vielleicht bringt das mir jetzt auch was ich nicht nur sagen wir mal mit das andere schläft direkt